Die 5 besten Mepal Kinderprodukte Ich bin sehr zufrieden mit dem Mepal Kinderglas mit dem hübschen Blumen- und Schmetterlingsdesign. Das Glas ist stoßfest und Spülmaschinen geeignet, was es sehr praktisch macht. Es bietet ein Fassungsvermögen von 250 ml und ist somit die perfekte Größe für meine Kleine. Es lässt sich leicht von ihr halten und sie trinkt gerne daraus. Außerdem ist es frei von BPA und anderen schädlichen Stoffen, was mir als Mutter sehr wichtig ist. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Ich habe die Mepal Trinkflasche Pop-Up 400 ml Campus Little Dutch gekauft und bin begeistert. Die Kinderflasche besteht aus robustem Kunststoff und ist spülmaschinenfest. Das Design mit Blumen und Schmetterlingen ist sehr süß und meine Tochter liebt sie. Besonders praktisch ist der Pop-Up Trinkhalm, der sich per Knopfdruck öffnen und schließen lässt. So bleibt die Flasche immer sauber und die Kids können problemlos trinken. Die Größe ist perfekt für unterwegs und die 400 ml reichen für eine ausgiebige Durststrecke. Eine tolle Investition. Ich bin sehr zufrieden mit dem Mepal Mio 360 Grad Trinklernbecher. Meine 9 Monate alte Tochter kann ihn leicht halten und dank des auslaufsicheren Designs kann ich ihn problemlos in der Tasche mitnehmen. Die Farbe Deep Turquoise ist wunderschön und der Becher lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen. Ich empfehle diesen Trinklernbecher allen Eltern, die auf der Suche nach einer praktischen und stilvollen Lösung für ihre kleinen Kinder sind. Ich bin begeistert von der Mepal Bento Lunch Box Take a Break Nautic Green Midi. Die Box sieht nicht nur ansprechend aus, sondern ist auch sehr praktisch. Durch die verschiedenen Fächer kann man bis zu vier Butterbrote getrennt voneinander transportieren, ohne dass sie sich vermischen oder zerdrückt werden. Die Box ist aus hochwertigem, stoßfestem Material gefertigt und lässt sich leicht reinigen. Einziger Nachteil ist, dass sie nicht für die Mikrowelle geeignet ist. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde die Lunch Box definitiv weiterempfehlen. Als ich das Mepal 250ml Kinderglas für meine Tochter gekauft habe, war ich begeistert. Es hat ein schönes Design mit einem Segelboot und ist stoßfest, was für Kinder sehr wichtig ist. Außerdem ist es Spülmaschinen geeignet, was mir als vielbeschäftigter Mutter sehr entgegenkommt. Das Glas hält dicht und ist ideal für kleine Kinderhände. Ich kann es nur empfehlen, da es ideal für den täglichen Gebrauch ist und ein praktisches und schönes Babygeschirr ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.